Was ist das für einen besonderen Druck? Ja, nicht so ein besonderer Druck, aber ich finde auch, wenn wir fünf Spiele nicht gewonnen haben, dann ist das immer auch ein Spiel, das wir gewinnen müssen. Vielleicht sprechen viele Menschen darüber, dass es ein wichtiges Spiel ist und das finde ich auch. Aber ich finde, gegen Düsseldorf Heimspiel müssen wir immer gewinnen. Ich finde, die Stimmung ist immer gut und das muss auch so sein, finde ich, weil wir nicht so viel anders machen müssen, als wenn wir gewinnen. Aber ich fühle, dass wir alle sehr viel Hunger haben, um zu gewinnen. Und ich glaube, alle wissen, was mit Freitag zu tun ist. Ja, bei uns nicht, aber ich spreche nicht so viel mit den Menschen in der Stadt. Vielleicht fühlen sie das so. Ja, für mich ist das schwierig zu sagen, weil ich letztens natürlich nicht hier war und ich weiß nicht, wie das Gefühl da war. Aber jetzt fühle ich noch immer bei uns eine positive Stimmung. Und ja, ich glaube, wenn wir an die Tabelle schauen, sind wir noch immer dabei. Natürlich bin ich unzufrieden, weil ich spiele nicht, wie ich kann. Und ja, aber ich weiß auch, dass das passiert manchmal in einer Saison. Und das Einige, was ich tun kann, ist hart bleiben und arbeiten. Und dann glaube ich, dass das wieder zurückkommt, ja. Ja, eigentlich, weil er ist laufstark, er kann zwei Campe führen, ist gut mit dem Ball, dann kann man eigentlich überall spielen.